Hallo zusammen, willkommen heute zum HIT. Wir brauchen heute eine kurze Handeln, wenn ihr habt. Zwei Stück und vielleicht ein bisschen grösseres Gewicht. Wenn ihr habt, dann noch irgendeinen Tisch und ein Böckchen. Wäre vorgegangen, geht es mir selbstverständlich. Ich habe alles ohne. Jetzt erst einmal ein bisschen aufwärmen und das ganze HIT dauert ca. 35-40 Minuten. Alles zusammen ca. 50 Minuten. Ich wünsche euch viel Spass. Ich kann schnell eine Musik einstellen, um aufwärmen. Okay, wir stellen Hüftbreit herunter. Zuerst einmal den Schulterkreis. Schön lang. Zischen. Richtig machst. Sü 친구�armisch,hiundo Cem. Er wird wieder. Wir schauen. Richtig wechseln. Und alle wechseln. In die Mitte zusammen aus der Nacht. Streckt noch. Vor und zurück. Wir gehen in die Knie. Hoch zu den Spitzen. Vier. Drei. Zwei. Abstimmen. Rechte Beine lösen. Fuss flexen. Beine vor und zurück schieben. Locken. Aus der Hüfte raus. Drei. Zwei. Eins. Abstimmen. Aus der Hüfte raus. Seitwärts. Fuss verankern. Andere lösen. Schwingen. Bein gestreckt. Vier. Drei. Zwei. Eins. Abstimmen. Ausstücken. Zwei. Hüfte beide stehen. Gehen hoch. 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 Jetzt gehen wir hoch, zurück. Hoch, zurück. Hoch, zurück. Vier. Drei. Zwei. 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 Einen. Wir bleiben unten. Zwei. Dritte Schiss. Gerade rücken. Und über den Kopf. Fünf. Wenn wir gehen. Hüfte aus. Vier. Drie. Zwei. Eine halve. Färste lösen. Hoch, hoch, hoch. Ein auf die Seite. Beine lösen. Hoch, zurück, hoch, zurück. Vier, drei, zwei, eine, hoch. Schuhe nach hinten, bis drüben. Und locker, locker. Und schütte. Spannung holen. Spannung zurückholen. Ein bisschen drüben. Mit Spannung. Genau. Ein bisschen verletzt. Und zack. Und sie landen. Und sie landen. Und sie landen. Wir gehen in die Knie um. Komm. Und drei Knie oben. Und vier. Drei. Und zwei. Eine, drei Blüten. Geht. Ein bisschen. Ein bisschen breiter. Zieh. Zusammen. Okay. Knie um. Hoch, hoch, hoch. Hoch, hoch, hoch. Und lösen. Zieh. Wir können noch verboxen. so. Das ist ein bisschen auf. Und ein bisschen. Dann machen wir den Kopf. Ihr werfen. Das ist ein bisschen auf. Und das ist ein bisschen. In der Hand. Schnapp! 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 Geht's! 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 Zieh! Zieh! Rau! Und jetzt den Felsen! Okay! Und jetzt den Hüften! Dreiter Stand! Wir gehen auf! Schiebzeit! Dreiter Stand! Genau! Und nochmal ins Kopf! Hoch! Hoch! Höch! 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 Und nochmal zieh! Spannend! Rief! Rief! Jawohl! Sehr schön! Okay! Jetzt ist die Musik abgestimmt. Ich will euch kurz erklären, was wir machen. Das Trinken haben hoffentlich alle dabei. Also, wir möchten drei Übungen. Eine Übung in 30 Sekunden. Zwischendurch haben wir sieben Sekunden Pause. Und zwar die drei Übungen dreimal wiederholen. Also der erste Block hat eigentlich neun Übungen. Okay! Die erste. Wir nehmen Gewicht, wenn ihr wollt, wenn ihr habt und wollt. Wir boxen. es ist immer eine Kombination von Kraft und Ausdauer. Boxen. Okay? Zweite Übung. Könnt ihr das gleiche Gewicht nehmen? Oder könnt ihr ein bisschen mehr Gewicht nehmen? Power Press. Hoch! Tief! Hoch! Und die dritte Übung. Und die dritte Übung. Anfersen. Fersen. Alles klar! Die drei Übungen. Drei Runden. Fersen. Okay! Könnt ihr mal bereit machen. Gewicht in die Hand nehmen. Für... Boxen. Ich gehöre, wie es losgeht. Okay. Sind wir bereit? Prostation. Schultern hinten. Hüfte an den Stab. Vier. Drei. Zwei. Eins. Up-P marchen. Probier den Oberkörper stabil zu halten. Verunnen nach oben schieben. Drei. 2, 1, Beide Gewichte oder ein bisschen Wehgewicht, 3, 2, 1, Power Press, hoch, schön, schön lang machen, lang hier absetzen. 5, 4, 3, 2, 1, Aufwärtschen, 4, 3, 2, 1, Go, ermitteln, wärtschen hinten, was gesetzt. 5, 4, 3, 2, 1, Boxen, Schultern hinten, 3, 2, 1, Go. 5, 4, 3, 2, 1, Go, ermitteln, wirst du die Oberkette stabil zu bleiben. Becken. 3, 2, 1, Power Press, Schultern hinten. 5, 4, 3, 2, 1, Go, lang machen. Ganzen hinten. Grad rücken. 3, 2, 1. Aufwärtsen. 4, 3, 2, 1. Go. So weit auf wie es geht. Färse ausgesagt. 5, 4, 3, 2, 1. Letzte Runde. Den Trübungen. Schulter hinten. Parade. Go. Ja. Schön schieben. Becken gerab, halten. Becken gerab, halten. Becken gerab. Becken gerab. Becken gerab. Becken gerab. Go. Go. Streb. Ho. Becken gerab. 3, 2, 1, aufwärtsen. 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 4, 2, 1, aufwärtsen. résschenk vielleicht. Wenn ihr hier nicht in den geraden Rücken runterkommt, dann nehmen wir den Tisch, dann stellen wir das Licht auf den Tisch und schieben es vom Tisch hoch. Ihr könnt euch selber entscheiden. Geht beides. Wichtig ist, gerade Rücken, rechte Seite, linke Seite. Dritte Jüngung, Squatch-Brühe. Okay, drei Jüngungen, Kombination. Okay, das erste Mal mit der rechten Seite anfangen. Rücken. Wichtig ist, wenn ihr das Licht hochnet, gerade Rücken, gerade Rücken. Okay, ready? Nächste Runde. Drei, zwei, eins, go! Hochschirr, oben in den Biss, hoch. Elbogen, zieh die Decke hoch, Elbogen. Hochschirr, schräg. Genau, schräg mit Elbogen. Hochschirr. Hochschirr. Schieben. Elbogen kommt zuerst. Wechseln. Andere Seite. Andere Seite, die Decke hoch. Andere Seite. Zwei, eins, go! Elbogen, Hand. Selbst die Erbogen. Elbogen hoch. Andere Seite. Und dann wieder. Elbogen hoch. Elbogen zurück. Ja. Gerade Rücken. Hochschirr. Drei, zwei, eins. Squat-Jobs. Schulter hinein. Drei, zwei, eins. Andere Seite. Hochschirr. Hochschirr, hoch hoch. Und ich sitze. Schieben. Sprunggelenk schaffeln. Hoch. Genau. Strecken hoch, immer schön durchstücken. ganz fein landen 3 2 1 ok 2 1 go 3 2 1 3 2 1 2 1 2 3 2 1 2 2 1 3 2 3 2 2 3 2 1 Go 1 2 1 2 2 1 1 2 1 3 3 2 1 jumps 4 jumps 3 2 1 go ganz fein landen ganz fein landen mit dem Kopf ganz fein hinauf sitzen hinauf sitzen 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 3 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 Trie, zwei, eine, sieh die Waalse. Trie, zwei, eins, go! Ja, schön dran bleiben. Fünf, zwei, eine, Squats, Chops. Hüfte bei der Stamm, Schuhe dahinter, um Kinn. Trie, drei, zwei, eins, go! Schaut, dass die Knie schön in einer Linie führen und die Knie etwas rausschieben. Ganz locker, ganz schnell landen. Nehmt die Arme mit. Zwei, drei, zwei, eins, go! Ja, noch drei. Also. Wegstieb. Wir brauchen ein kleines Gewicht. Wir haben Fleiss. Und zwar. Schulterindring. Das Gewicht von unten nach oben schieben. Und langsam zurück. Schieben. Wenn das Glück geht, kommt dein Elbogen hoch. Zurück. Und nicht ernst gestreckt zu halten. Und langsam zurück. Dann. Geben wir den Boden. Schwisten. Beine. Füße. Lösen am Boden. Hoch, 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 hoch. Schwisten. Sechst wieder rufen. Ausfallschlitz. 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 Komm, ex. Ausfallschlitz. 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 Okay. Hinterblüge. Drei Wochen. Ausfallschlitz. 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 Also wenn du mal das Bicht hoch mit dem Flachst. Eine Stunde bleiben wir hinten. Ein bisschen. Bicht mit sich hinten. Mit der gerade Rücken. Bereit. Okay. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Einen. Hopp. Langsam. Geh notes. Chorgen presieren. Zornen presieren. Und nicht mit Schwung schaft. Mit Kraft schaft. Schultern bleiben da hinten. Schultern nach hinten halb. Schultern nach hinten halb. Drücken mit Draht. Ach. Drei. Zwei. 1, Crunch, Twist, 3, 2, 1, go, Seite, Seite, Schultern zu den Knie, Schnubeln vergessen. 3, 2, 1, Ausfallschritt, dynamisch. Schultern zu den Bogen. Alternativ könnt ihr auch besser so als gar nichts. Schaut euch die Knie. Die Knie sind in einer Linie. Die haben eine Linie führen. 3, 2, 1, Fleiss. Schultern zu den Bogen. 3, 2, 1, go. Aha. Schultern zu den Bogen. Schultern zu den Bogen. 3, 2, 1, go. Schultern zu den Bogen. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. 4, 2, 1, go. 4, 2, 1, go. 4, 2, 1, go. 4, 2, 1, go. 5, 2, 1, go. 5, 2, 1, go. 5, 2, 1, go. 5, 2, 1, go. Ausfallschritt. Dynamisch. In die Position. Durch die Knie, dass die Knie schön geführt sind, sonst lieber etwas in den eigenen Stand machen. Könnt ihr auch. Tief. Das nicht mehr geht. Probieren sie so. 3 2 1 Letzte Runde. Kleines. Schultern hinteren. Und go. Und langsam zurück. Glaube. 3 2 1 Twist. 3 2 1 Go. Hupen. Abtreib. Schulterblätter weg vom Boden. 3 2 1 Hoch. Ausfallschritt. Letzter. Kommt. Schaffen wir noch. Schulterin. Hupen. Go. Auffass. Etwas schönes zu denken. Es sind nur 50 Sekunden. Du hast mich. Du hast. Du hast. Du hast mich. Schön dranliegen. Du hast. Du hast. Du hast mich. 5 Jawohl Sehr schön 3 8 Super Sehr schön Also Nächste Können wir auch wieder Einen Tisch nehmen Oder ein Böckchen Oder eine andere Hand Ein bisschen erhöht Ist ein bisschen einfacher Wüten Aber könnt Okay Wir gehen spritten In die Springposition Okay Dynamisch Wechsel Springer wechsel Können wir jetzt erhöhen Selbstverständlich Können wir das auch Am Boden machen Dann Gehen wir In die Pushups Und zwar Pushups hoch Rechte Arm Rechte Hand Wir liegen schon unten Hoch Seite Tief Seite Tief Seite Okay Und die Dritte Jetzt müssen wir entspannen Wir brauchen ein bisschen zu ziehen Ein bisschen zu ziehen Okay Spritten Erhöht Oder verboten Okay Let's do it Let's do it Position 3 2 1 Go Ganz ganz schön Aufnehmen Sprittenposition 2 2 2 2 3 5 5 Stopp Pushups 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 3 2 1 3 Dribble Erholig 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 Schulterregeln Und Go Zieh 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 Genau Erholig Zieh, 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 Zieh Erholig Aha So schnell jetzt geht So schnell jetzt geht 3 2 1 Spritter Position Go Wenn es nicht geht Dann geht Vor Zurück Vor Zurück Zurück Ok Besser Nicht Wenn es nicht geht Kein Problem Schön langsam Es wird Gemüyet Wie geht through hebt Die Knie Kontrolliert. Wenn das nicht geht, probiere es. Ich habe nicht Push-ups geblieben. Wie du willst. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Spannung. Schulter hinteren. Push fest. Spannung. Auch hier dürft ihr den Raum oben anlaufen. Wir gehen zurück. Und vor. Oder rechts und links. Zieh. 2, 1, okay. Gut. Let's go. Let's stay. Los. Genau. Schönen Sieg. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 2, 1. 2, 1. Und push-ups. Breite push-ups. Breite push-ups. Und komm. Tief. Seite. Aufstehen. 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 3, 2, 1. Go. Und zieh. Zieh, zieh, zieh. Schnell, schneller, schneller, schneller. Jetzt geht's ja. Jetzt geht's ja. Zieh. Ein paar Sekunden noch. 1, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Mögen du noch einen? Auch noch einen. Jetzt sind wir warm. Trinken. 2, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Das Steppen braucht man nicht. Also. Wir gehen zuerst. Auf den Boden. Wir machen das Klappmesser. Also. Es gibt ja verschiedene Varianten. Entweder durch die Arm. Nehmt das Gesaß. Und schiebt die Arm. Und schiebt die Arm. Nehmt das Gesaß. Das Becken hoch. Oder nehmen die Arme hoch. Schwierige Variante und schilden. Die Hände zu den Füssen. Hoch. Dann brauchen wir zwei Gewichte. Wir gehen mit Squat. Gleichzeitig strecken. Drücken. Zurück. Drücken. 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 Und die letzten. Ein paar Burpees. Und zwar die engen. Wir gehen tief am Boden. Ganz am Boden eng. Hoch. Rein. Hoch. Okay. Die letzte Runde. Das packen wir noch. Die letzten 6 Minuten. Oder 5. Okay. Geben wir noch ein bisschen Stoff. Musik. Okay. Ein paar Abmachen. Im linken. Vier. Drei. Zwei. Eins. Zier. Hoch. Hoch. Becken lösen. Becken. Alternativ. Die Hände und die Becken lösen. Knie Richtung Becken. Hopp. Vier. Drei. Zwei. 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 Ein. Ein. Stimmen auf. Nehmen wir das Gewicht in die Hand. Zwei. Zwei. Rief. Bein Stand. Oppenang, hoch. Und zurück. Strecken. Wenn wir tief kommen. Wenn wir tief kommen, strecken. Wenn wir hoch kommen. Okay. Strecken. Und biegen. Strecken. Biegen. Schön hinten absitzen. Fünf. Stopp. Burpees. Ein. Zwei. Eins. Go. Zwei. Fünf. Stopp. Aufliegen. Klappmesser. Drie. Zwei. Eins. Hoch. ... 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 Aufstehen. Auf die Seite. Schultern nach hinten halten. Schön hinab sitzen. Probiere hier ein Stück. Über den Kopf. Schultern muss nicht arbeiten. Das Schulter höchst ich runter. Nicht wieder runter. 1 Ok. Burmys. 3 2 1 Altma tief. Hoch. Rechts. Links. Hoch. Rechts. Links. Hoch. 5 4 3 2 1 1 1 Runde. Das packen wir hier. 2 1 Go. Jawohl. 5 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 6 9 5 6 6 6 6 6 6 7 8 8 9